Von unserem Fenster im Chateau sehen wir, wie sich ihre Panzer sammeln und im Licht der Dämmerung vorrücken. Mit ihren riesigen Verschienen wirken sie noch mehr wie monströse prähistorische Tiere, die bereit sind, Mensch und Material gleichermaßen zu verschlingen. Was ist nur aus der Menschheit geworden, wenn sie nur noch etwas erschafft, um zu zerstören? Bald ist es vorbei, sagen sie, ja, nach einem Blutbad aus Fleisch und Stahl. Stahl, 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 Stahl! Was ist das? Geh! Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?